Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep. Ja, neuer Morgen, neues Glück. Neue Grabbe. Ohohoho. Das geht ja aber viel besser. Ei, 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 ei. Halten eh zum Holden. Kann man direkt vom Stock holden, das ist gut. Die sind immer noch ihre Pumps anhat, ne? Äh, ich würde sagen, wie schaut's aus? Ich habe Wurst. Jetzt habe ich keinen Durst mehr. Aber. Nimm mal das. Dann nimm mal das in die Hand. Anmachen. So. Dann machen wir uns mal kurz ein Feuerchen. Braten wir uns noch eben die Krabbe. Und. Dann machen wir uns mal auf. Entweder darüber. Wir brauchen Fasern. Ich meine, wir haben hier rundherum Inseln. Müssen wir echt aufpassen, dass wir wieder zu der richtigen zurückkehren. Ui, 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 ui. Also ich würde jetzt erst mal generell zu der da drüben. Ich habe mir auch schon den Kompass rausgeholt. So, die ist jetzt Nord-Nord-Ost kannst du fast sagen. 60 Grad. Dann müssen wir zurück Richtung 240. Stimmt das? Ja. So, müssen wir uns das dann irgendwie behalten, würde ich sagen. Weil, wir haben keine Map. Ich hoffe, man kriegt später eine. Wie schaut's denn aus? Ähm, wie ist das eigentlich? Fisch? Das sind keine Fische. Oh, ich habe eine Sardine. Oh, heute gibt es lecker Schmecker, Freunde. Ich habe auch zwischendurch eine Kokosnuss gegessen. Das ging dann wieder. Quasi als Frühstück. Nice. Äh. Auch die Sardine müssen wir holen. Alles klar. Äh. Die ist gut. Aber die... Okay. Wie kann ich das durchschalten? Den Fischersperr packen wir mal weg. So, hier haben wir jetzt alles Nötige. Alles klar. Wie schaut's? Oh, uns geht's gut. Schnell speichern. Dann warte ich jetzt noch, bis die zwei Tage überlebt. Das sind ja erst zwei Tage. Ui, ui, ui. Also, wir brauchen auf jeden Fall Fasern. Fasern sind erstmal wichtig. Damit wir das alles bauen können. Weil ich brauche Fasern. Ich brauche allein nochmal ein Seil für so ein Kokosnussbidon. Und ich brauche ein Seil für den Hammer. Klein Fisch. Mal gucken, wann das gut ist. Auch schon sehr lange, die Sachen, ne? Aber wir haben schon wieder keine Palmwedel mehr im Destillierer, ey. Also, Palmwedel braucht man auch wie Sand am Meer in dem Ding hier. So. Hier brauchen wir auch wieder einen Holzstock. Wann ist der Fisch denn gar? Das ist eine Art Linie. Wenn ich die so lange im echten Leben über das Feuer halte, ist die schwarz. Ui, 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 ui. Komm, ich habe da noch was vor. 9.48 Uhr. Ja, wir haben erst 10 Uhr. Aber es ist auch bewölkt, ne? Gefällt mir gar nicht, Freunde. Obwohl, die Insel ist auch nah. Ne, wir fahren jetzt erstmal zu der. Gekocht. Sollen wir uns die noch reinpfeifen? Ach, warum nicht? Dann trinken wir auch nur einmal. So. Uns geht es super gut. Aber unsere Gesundheit ist nicht gut, seitdem wir da runtergekracht sind. Aber egal. So. Wir müssen das Boot jetzt irgendwie... Äh. Halte eh zum Mitfahren. Äh, nee, nicht so. Ähm. Haken. Paddel aufnehmen. So. Oh Gott. Das ist die richtige? Ja. Wir hätten vielleicht das Feuer anlassen sollen. Das kostet halt alles Ressourcen. Bitte. Das Wetter ist auch nicht so doll. Auf der anderen Seite kriegen wir so wenigstens keinen Sonnenstich. Guck mal, ist aber schon eine Weile unterwegs. Äh. Da wollten wir hin, ne? Ja. Oh. Oh. Ja, schön aufregend. Vor allem, man kann ja wirklich gucken. Ach, da hinten ist noch eine Insel und, und, und. Also. Nur dafür brauchen wir halt später auch ein besseres, äh, Floß oder so. Das Ding hier werden wir nicht ewig haben. So, aber hier haben wir auch Verbandsmaterial drin, ne? Wie ist das eigentlich, wenn ich sterbe? Verliere ich alles, was ich hab? Das wäre schlimm. Man paddelt aber echt schon eine Weile, ne? Warum kommt da jetzt wieder so komische Musik? Ich mag diese komische Musik nicht. Was stehen denn dafür? Nein! Lass mich in Ruhe. Schnell wieder hinsetzen. Boah, nee, ey. Boah, also ich dachte dafür, dass die Insel so nah aussah. Was ist denn das da? Schweine? Riesen-Krebse? Ist das ein Schwein? Ist das ein Schwein? Es ist zu flach, um den Meeresanker einzusetzen. Ich hab Schiss. Mir ist nur... Oh, mein Gott! Au! Alter! Schwein, riesig! Ah, jetzt abhauen! Jetzt abhauen! Aua! Oh! Was ist das? Meine zweite Insel macht doch nicht so was mit mir spielen! Schwein, riesig! Was auch immer wir da einpacken... Was auch immer wir da einpacken... Was auch immer wir da einpacken... Das ist eine Menge. Die Frage ist halt nur, habe ich Wunden? Wie kann ich mich heilen? Weil das Kramfieh da hinten sieht ja jetzt auch nicht gerade... Friedlich aus. Dabei wollte ich doch nur genau das hier. Moment, kann ich hier? Okay, das hat nur... Okay. Aber gib mir mal das. So, jetzt ist da das Fleisch drin. Kann ich mich? Nö. Eine Bandage rein kann Blutung stoppen oder Spieler wiederbeleben. Okay, alles klar. Abkühlen muss ich mich auch. Wir sammeln erstmal alles Nötige. Also, Pflanzenfasern gibt es hier reichlich. Schatten gibt es hier weniger. Das ist eine Schlange. Das ist ein Babyschwein. So, hier ist es... Hier müsste aber doch Schatten jetzt sein. Da ist noch so eine... Okay. Da ist noch so eine Riesengrabbel. Wer hat Kirre hier? Pinien-Setzling? Warum nehme ich dafür eigentlich nicht die Axt? Das Schwein hat mich halt jetzt fertig gemacht, ne? Riesst man aber nur Stöcker raus? Das ist natürlich wieder... Na, ich brauche doch Setzlinge. Ja, Stöcker auch, aber... Wie viel passen denn davon in einen Slot? Heim-Mädel wären auch nicht schlecht. Oh! Die hat mich gesehen. Die hat mich... Kann ich die von hier oben nicht kriegen? Aua! Aua! Au! Was sind das für... Was sind das für Viecher hier? Das ist doch nicht wahr. Ja. Ist das was? Oh! Was sind das für Viecher? Also vielleicht haben wir erst mal genug. Pinien-Setzling helfen uns jetzt nicht unbedingt so viel. Die geben auch nur Äste. Das ist schon wieder so ein Riesenvieh. Ich werde verrückt. Uh! Hier haben wir aber. Jukka, Jukka. Warte. Oh, das ist im Sommer jetzt so schlimm. Während der Aufnahme sind hier immer so ein paar Fliegen. Die meinen, sie müssen hier... Einen dicken Macker markieren. Können wir nicht Sachen ins Boot legen? Wir haben 16.35 Uhr. Ist das euer Ernst? Oh! Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ich glaube, noch eine überlebe ich nicht. Ich kann ja direkt Seide machen eigentlich, ne? Was? Ich kann einen Bogen machen? Okay. Also ich muss mal gucken. Kann ich sowas zum Beispiel einfach hier? Ist die Physik so, dass das funktioniert? Kommt das mit? Das kommt mit. Dann müssen wir es nur irgendwie besser... Ach, so liegt es eigentlich ganz gut. Puh! Die Frage ist halt... Bogen, schön und gut. Aber... Die Pfeile! Feuerfackel! Äh, brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben ja die... Die... Taschenlampe. Ein Schwimmer. Fischersperrstoff. Wir können Stoff herstellen. Ey, wie viel Fasern braucht man denn hier? Aber Leute, 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 Leute. Hier haben wir einen Bogen. Ein Pfeil. Brauchen wir... Wir brauchen Profil-Steinwerkzeug. Und einen Ast. Okay. Hier ist irgendwo eine Schlange. Aber nicht in meinem Boot. Nee. Oh, wo ist die? Ich hab die eben... Hab ich sie gesehen direkt. Hier ist noch eine. Äh! Äh! Ich bleib über Nacht mal in meinem Boot. Gut. Hier brauchen wir noch Steine. Schauen wir mal. Was haben wir denn jetzt alles? Ich hoffe ja nicht, dass die mich hier drinnen kriegen. Nicht genug Platz im Inventar. Ja, 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 das, äh, ja. So. Irgendwas muss ich fallen lassen. Das ist das Problem. Aber was? Wartet mal. Ich sehe... Ich erkenne nicht, wie viele... Wie viel... Ähm... Boah. Ich erkenne nicht, wie viele ich habe von den Fasern. Sonst könnte ich ja noch... ein Seil machen. So. Oh. Was stimmt mit den Fischern nicht? Egal. Die Folge ist jetzt eh rum. Und, ähm... Ja, ich sammle hier noch ein bisschen die Nacht durch. Was soll ich sonst tun? Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazali. Ciao, ciao.